Hallo ihr Lieben. Heute mal wieder in Unboxing, heute kamen die drin, drei der Boxen und da dachte ich, weil die ja meistens ganz brauchbar ist, da öffnen wir die heute mal schnell zusammen, die ist noch zu. Ich weiß also, dass da dran ist. Ich hoffe, das ist eine gute Sache. Die fühlt sich aber sehr leicht an. Ich glaube, das ist das Zutrittspendchen von der Arbeit. So, und da würde ich sagen, wir fangen gleich mal an. Okay. 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 Also die Box ist auf jeden Fall schon mal sehr leicht. Da gucken wir mal rein. Also besonders voll sieht es auch nicht aus. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Okay. 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 Wie immer erst angucken dann. Und zum Schluss gucken wir gemeinsam. Zart bitte Cranberries aus unserem hauseigenen, aus unserer hauseigenen Manufaktur. Das Problem ist da, na ich glaube da kann, ich glaube das kann nicht essen. Ich glaube die gebe ich meinem Mann, der freut sich über so einen Nussmix. Oh, da sehe ich was davon. Oh, da freue ich mich drüber. Jetzt kommt das Beste in der Box. Das sehe ich schon von hier. Ich liebe, 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 liebe jelly beans. Die habe ich mir früher immer im MTZ, da hatten die so ein, im Erdgeschoss beim Kaufhof, so und so. Oh, da haben die die verkauft in der Süßwarenabteilung, da konnte ich dann immer mit so einem Chipschen aus so einem Glas nehmen. Oh, das war so lecker. Ich liebe die. Schlimme ist nur, die Inhali ist schon auf Ex-Vastitüte. Sehr geil. Hasselnuss-Schoko ist schon mal schlecht, weil ich kein Hasselnuss essen kann. Das ist so ein... Tja, was ist das eigentlich? Biofruchtkonfekt auf Tattelbasis mit Haselnüssen und Kakao. Wenn ich es essen könnte, würde ich es, glaube ich, gut finden. Ach, so ein Ausstecher bestimmt. Oh, der ist aber hübsch. Guck mal. Gut, der gefällt mir aber gut. ... ... ... Also der sieht hübsch aus. Das ist so ein Universalreinigungsstein, das traurig ist, ich habe einen Knochen von der Firma. Und den benutze ich fast nie. Also generell finde ich es eine gute Idee, es ist halt nur blöder Eis, dass ich den habe und zwar doppelt so groß. Die sind glaube ich auch gar nicht billig. So nabernd, ich muss ganz ehrlich sagen, die kann ich nicht leiden. Die hatte ich so in den 80er, 90er Jahren und ich finde die total ätzend. Da hat mir die aber auch Samt gehabt, ich mag die überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, schmackt die Farbe auch nicht zum Blondon an. Was ich ganz, ganz schlimm finde, wenn die Leute so, das Achtung, so umarm machen, da kriege ich fast Zustand. Das sieht so dumm aus. Bitte macht das nie. Das ist eine Air Maske 3 in 1 Formulier. Ich mag das nicht so gerne. Also das ist jetzt nicht generell schlecht, aber es ist nicht nur mein Fall. Das ist so ein kleines Duftöl, das muss ich sagen, das hatte ich auch schon in etlichen Boxen da draußen immer drin. Das riecht aber sehr gut. Also den Duft mag ich sehr. Das heißt Engelduft. Also ich nehme es zurück. Ich finde den Duft gut. Weiter geht's. Der wird so ein veganes Teil oder keine Ahnung, 65% weniger Zucker, das ist ja schon mal gut. Winter Spice. Genau, vegan, was ich gesagt habe. Wer hätte das vermutet? Bei dir geht's. Ich frage ich mir, das ist ein Armband. Das finde ich aber ganz niedlich. So kleine Steinchen drauf, das finde ich süß. So kleine Steinchen drauf, das kann man mal gleich. Ich wollte gerade sagen, so etwas anziehen würde. Machen wir doch gleich mal um die Hand, damit ihr mal einen Eindruck gibt. Das finde ich gut. So, dann hier wahrscheinlich eine Muskatnussreibe. Ich lasse das mal zu, das kann man nämlich gut verschenken. Ich lasse das mal zu, das kann man nämlich gut verschenken. Ach ja. Ist halt nur total schade, dass das auf Cashew-Kern-Basis ist. Und ich kenne Cashew-Kern-Haleakisch, aber mein Mann, der freut sich ja, wie gesagt, immer über alles. Oh, da dachte ich schon eben, das sei das letzte. So, das finde ich wirklich gut. Das ist so ein Bienenwachstuch. Das kann man, wenn man ein Schälchen in den Kühlschrank stellt, kann man das damit abdecken. Das riecht schon. Das ist so ein bisschen wie vom Rotwildgehege im Opel zu. Da kann man auch Brot einwickeln. Also generell finde ich das gut, wenn dann das Brot nicht so schmeckt. Aber wie ihr wisst, habe ich ja jemanden, der hier gerne alles ausprobiert. Das war's. Jetzt gucken wir mal ein Säftchen rein. Also, das Hardingens Kirschen kostet 9 Euro. Das Armbindchen 15. Die A-Maske 24. Westlicher Nagellack habe ich keinen drin. Hätte schon mal lieber den Nagellack gehabt. Weihnachtlicher Raumduft. Naja, egal. Weihnachtlicher Raumduft. 9 Euro. Die Bio-Soßen, wo ich das große Pech hatte. Ach, da gibt es auch noch eine Sauce Berneske gegeben. Aber egal. Die kostet 3,29 Euro. Der eine Riegel da, 2,30 Euro. Das kleine Schokotein mit Nüsschen kostet 1,50 Euro. Die Seeberge Nussmix kostet 3,50 Euro. Meine Jellybeans kosten 2,45 Euro. Da ist jetzt auch noch so ein Elch. Da finde ich die Schneeflocker, aber schöner. Das kostet 2 Euro. Das Klinenwachstuch 6,96 Euro. Die kleine Reibe 3,99 Euro. Der Universalbuttesteinknauer. Und der größer habe ich, der in den großen. Der kleine kostet 13 Euro. Ja, das war's. Also im Großen und Ganzen fand ich es wieder okay. Also eigentlich schon gut, aber es sind halt viele Sachen drin. Mit dem kann ich echt null anfangen. Es ist halt immer die Frage, braucht man so eine Box oder braucht man sie nicht? Es kam auch jetzt noch parallel die Pinkbox und noch zwei Glossyboxen. Aber beide nicht der Rede wert, beziehungsweise alle drei nicht der Rede wert. Ja. Ja. Das war die Trendreiterbox bezahlt. Aber ich glaube, wie immer, um die 30 Euro. Oh, ich finde es ganz okay. Ein paar Sachen werde ich weitergeben. Da freuen sich andere drüber. Zum Beispiel, ich glaube, das wollte ich meinem Freund, meinem Mann, entschuldigung. meinem Mann, gebe. Aber ich glaube, das schenke ich mir der Kollegin, weil die mag sowas gerne. Doch, man hat noch andere was davon. So, ihr Lieben, das war's. Bis zum nächsten Mal.